3 er hat mich anscheinend verstanden worauf ich hinaus wollte und jetzt sind komm jetzt wieder Magier was ist das Sinn? Hallo was ist das denn? ey hallo 3 Magier ey nicht lustig kopfst mich grad ein bisschen an es war klar lässt hier warten es ja auch schwarzer nicht durch sie trotzdem nur mal die beiden Ringe an also das Amulett und mein Ring das ist der beste ich habe so lässt erwartet also lasst in der Welt nicht gut könnte ja weiter gehen da kommt schießt doch versuch doch ganz wie du willst komm lass da geh voraus komm lass da geh voraus da 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 das ist es ist nicht so wichtig wenn ich bin es tot welche will ich okay wo unterlieben jetzt geht das nicht aus ich glaube bei euch hat es doch Prozent so ist die Fakl anmachen und das habe ich keine Chance zieh deine ey ist das unwitzig das ist ja jetzt leckt das ist mir so was von scheißegal ich halte da einfach einfach jetzt zaubert der wieder was für ein kopf ist das denn jetzt zaubert der wieder ist klar man echt zu viel was ist das denn für ein scheiß was ist das für wir kommen im Tempo von Altstadt eben nicht weiter was ist das für ein Kack das wäre das vierte Artefakt aber nein die Bitte Bitte Bühne so lässt er kommen mit ob sie noch nicht klar war ja du bleibst da Ich mach mir Licht an und finde einen tollen Skelettschitz, da muss ich mich verarschen, Alter. So, danke. So, jetzt mach ich doch erst die... Oh, das ist eine schwere Truhe, das ist gar keine alte Truhe. Gut, dann mach ich erst die schwere Truhe auf. Finde einen Kriegshammer, ist klar. Nehme alles an mich und gucke, was jetzt da anscheinend für ein Gegner um die Ecke kommt. Es kommt kein Gegner um die Ecke. So, Quick-Safe. Warum man jetzt die Musik neu startet? Ich mach grad ein Quick-Safe. Boah, dammit. Kann man's geläte mit Fallenabschieds? Oh, hey, Sami. Okay, Sami, das kann man abschießen. Und die sind so langsam, dass die auch einfach die GZ der Armbrust klingeln können. Oh, mein Lester will die nicht angreifen, ne? Das heißt, okay. Da, 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 da! Oh, da schießt schon dann noch nicht von den Magiern. Ich hör's doch. So, nehm, Moment. Irgendwenn schießt du da? Ich bin hier. Hä? Er schießt da gegen die Wand. Ich glaub, der versucht auf Lester zu schießen. So triffst du mich immer nicht. Boah, Gottchen, ey, wieviel die mehr abziehen! Komm, Moment. Ich will nicht noch mehr anziehen, deswegen. weil er noch mehr Gegner anziehen hat. Nee, nee, du kommst schon her, du gehst nicht wieder weg. Komm ruhig her. So. Ich hab mir das schon mal geschafft. Danke. Danke. Ah, also, noch ein Quicksal. Oh, damn it, damn it. Boah. Leck mich in der Tisch, meine Freunde. Leck mich in der Tisch. Ich krieg zu viel. Ja, äh. So lässt er jetzt wieder mit oder nicht? Ich weiß es gerade, ich weiß es gerade. Ich hab keine Ahnung. Das Licht wird er. Oh, toll, das Licht ist total behindert im Gegensatz zu dem Teil 1 und 2. Okay, versuch's einfach mal. Ich hab' den Knicks selbst gemacht. Jetzt schießt der schon wieder auf mich, ich glaub' es ha-ha-ha-kt. Nein, du greifst nicht zur Magie, alter Sack, alter. Oh, stopp. Ist nicht mehr. Die sind so, so weit das mal merken. Ich muss irgendwie den einen Typen näher zum anderen kriegen. Okay, jetzt sind beide, endlich. So, jetzt haben endlich beide die Waffe gezogen. Jetzt müssen sie auch zusammenbleiben, irgendwie. Jetzt hätte ich gerne Läster hier. Nein, 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 nein maßlos 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 verstehst du mich verstehst du dass sie sagen übertreibst es das wiederum was hier und hier vor allen Dingen als er hat treibst ja jetzt kommt der Verletzten nein 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 Böse so geht euch nicht wenn die einfach mal chillen es wird der Versuchte die Gäste du hast auch nach mir zu schießen du bekommst kennis X Arscher sofort auf mit zu schießen verstanden